probieren wir mal das neue spiel aus honeyliner gucken was das ist den plan recht einfach gehalten schauen wir mal was aus dem bienenstock so raus zu holen ist das ist ja irre das spiel 1,20€ wahnsinn 80€ ich komme doch mal was anderes ein bisschen was höheres trifft aber nicht so meinen geschmack zu spielen muss ich sagen ich habe lieber noch drehende walzen ein ganz tolles spiel na gut ihr habt es mal gesehen also bis dann wieder ich versuche mal 20€ auf 9 diamonds weil das bonusgeld schon zwei drittel voll ist ich hoffe ich mal dass das kein schuss in den ofen wird dann haben wir schon direkt den nächsten dann haben wir jetzt schon wenn die anderen zwei diamante noch gehen ja klar ich meine er hat mir zwei gegeben ich habe dummerweise nicht gesagt ob ich es ist mal bitte jetzt noch rechts hinkommen na gut geht jetzt schlecht da 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 das da mal wieder die 20€ vorher da da das da Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut, solange man sich hält und die Felder vollzusammeln ist ja alles in Ordnung. So, es wäre nur schön, wenn er den Diamanten da hinten gäbe, so langsam. Zumal man muss ja dann auch nochmal 3 Diamanten erst mal kriegen, damit er das startet. So. 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 würde es mich nicht wundern lassen wenn er die 20€ durchlaufen lässt und dann kommt dieser scheißdiamant nicht. oder er macht den irgendwie in den letzten 10€ voll und dann löst er nicht aus mit rein. so jetzt hau endlich ein diamant mal rein. also wie ihr hört bei anderen kollegen scheint es auch nicht besser zu machen. kommen wir jetzt auch mal rein. jetzt sind wir wieder bei den 20€ startwert. gleich. ich hätte gedacht bei so vielen sternen ist es ein bisschen mehr. aber das war doch nur ein euro. ich habe es nicht mehr so viel zu machen. ich habe es nicht mehr so viel zu machen. So, komm, auf mein Fall. Nicht mal Lotto kriegen. Und ob ich ihn kriegen werde und was dabei rumkommt, seht ihr im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal.